So, äh, Angriff! Au, halt, halt, halt! So, gerade eine kleine Fehlermeldung, aber nicht vom, vom Emulator oder so. Na, wird's bald! Ach, fuck, jetzt hab ich beide, ach. Egal. Ah! Ihr seid scheiße, wisst ihr das? Okay, einer, tot, und... Ah! Na, ha, ha! Du schaffst mich nicht! Bang! Ha, ha, ha! Wie gesagt, ich mach alles fertig. Okay. Kanon, mehr hast du nicht zu bieten. So. Oha! Okay, ich hab mich jetzt erstmal ganz schnell ein bisschen über den Kampf hier erkundigt. Autsch. Äh, ich weiß jetzt hoffentlich halbwegs, wie ich Kanon fertig machen kann. Okay. So, und hoch da. Ah, ich zieh mal die anderen Schuhe an, die, die ich hier ringe auf. So. Oha! Ganon, ich komme! Du bist so gut wie tot! Oh, wie lange denn noch? So. Ah, noch ne Tür. Ah, wie lange denn noch? Ah, wie lange denn noch? Oha! Prinzessin Zelda. Und Ganon spielt da unten was. Das Triforce-Symbol. Das Triforce-Symbol. Und bei ihr auch. Hm. Gut, jetzt hab ich wieder volle Energie. Die Fragmente des Triforce. Ich spüre, ihre Macht scheint sich wieder zu vereinigen. Die fehlenden zwei Fragmente. Ich warte seit sieben Jahren darauf. Ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass gerade ihr zwei sie tragen würdet. Wer denn sonst, du Vogel? Die drei Fragmente sind wieder vereint. Angeber. Diese Symbole der Macht sind nichts für euch zwei. Ihr seid dafür nicht geschaffen. Ich allein bin der rechtmäßige Träger des Triforce. Übergebt mir die Fragmente. Ich befehle es. Oha. Link. Ich kann dir nicht helfen. Die Aura des Bösen ist zu mächtig. Tut mir leid, Link. Oha. Großmeister des Bösen. Gun on door. Jo. Wow, wow. Autsch. Nein. Oh, ich dachte schon. Okay, also. Der Kampf geht ungefähr so. Ist fast wie so ein Tennisspiel. Schlagen. Eigentlich so wie im Wald. Ähm, diesen Waldstempel. Okay. Ach, halt, halt. Ach, okay. Ich hab's verkackt. Nochmal. Okay. Oh, doch. Das Teil ist jetzt ziemlich schnell. Okay. Dann einmal so. Und jetzt kann ich ihn anvisieren. Ah, verdammte Scheiße. Das war schlecht. Warum geht das denn nicht? Komm her. Bang. Und. Bang. Ah, scheiße. Na, warte. Ah, was wird denn das? Aha. Lach nicht so, du behinderter Hund. Ah. Der sieht aber ehrlich ein bisschen aus wie so ein Hund. Okay. Ah, scheiße. Jetzt aber. Zack. Boom. Zack. Boom. Man. Du riechst mich auf. In. Ja. Face. Bitch. Arschloch Wow, das war knapp Das war verdammt knapp Wow Okay Noch einmal Alles klar Und boom Und gleich, wenn er da wieder ist Nein Ach du Arschloch Na warte Komm her Und nochmal Ach du Jetzt aber Nimm das, nimm das, nimm das, nimm das Ach Nix, ha Ich geb dir gleich ha Boom Boom Jetzt aber Ach Ach du Arschgeige Oh nein So So Okay Alles klar Ja Nimm das Nimm das Stirb doch Endlich Mann Alles klar Na warte Nix hui ja Ich geb dir gleich Okay Okay Ja Ja Tut weh, wa Arschloch Nimm das Mann Fick dich Der will einfach nicht sterben Oha Oha Was wird das denn jetzt Was zum Geier Ey Das war doch voll Gescheated Boah Was zum Vielleicht so Könn ich die so abwehren Nein Geht nicht Oha Was wird das du Arschloch Ah Ja Geht doch Ja Ich Der Großmeister des Bösen Geschlagen von einem Kind Das Darf Nicht Sein Ist aber so Penner Ah Endlich Link Jetzt Macht er Aber Nen Genki Dame